Die Wahrheit des Pfades zur Beendigung des Leids Wenn wir annehmen, dass Befreiung erreichbar ist, stellt sich als nächstes die Frage, wie sich dieses Ziel erreichen lässt. Diese Frage führt uns zur vierten edlen Wahrheit, die sich mit der Wahrheit des Pfades beschäftigt. Nach den Erklärungen der Maja-Mika-Schulen ist unter dem wahren Pfad das Entwickeln einer direkten, intuitiven Erkenntnis der Leerheit zu verstehen. Die direkte Erkenntnis der Leerheit führt direkt zum Erlangen der Beendigung. Um eine solche Erkenntnis zu erlangen, braucht man jedoch die Grundlage der einst gerichteten Meditation, da es diese Art der Meditation ist, die zu einem Wissen über die Leerheit führt, welches auf Erfahrung beruht. Der Punkt, an dem eine Person dieses Wissen durch Erfahrung erlangt, wird als der Anfang des Pfades der Vorbereitung bezeichnet. Und der Punkt, an dem sie eine direkte, intuitive Erkenntnis der Leerheit erlangt, wird als Pfad des Sehens bezeichnet. Das zuvor erwähnte, auf Erfahrung beruhende Wissen über die Leerheit muss sich wiederum auf ein intellektuelles, durch Schlussfolgerungen entwickeltes Verständnis der Leerheit gründen. Tatsächlich ist es nicht möglich, ohne ein solches intellektuelles Verständnis eine Erfahrung der Leerheit in der Meditation zu machen. Diese anfängliche Stufe, auf der man ein intellektuelles Verständnis der Leerheit entwickelt, gehört zum sogenannten Pfad der Ansammlung. An der Schwelle zu diesem Pfad entwickelt der Übende ein ehrliches Streben, den aufrichtigen Wunsch, Befreiung zu erlangen. Und dieser Punkt wird als der eigentliche Anfang des buddhistischen Weges betrachtet. Bevor wir überhaupt in den Pfad eintreten können, sind zahlreiche Vorbereitungen nötig. Von Anfang an sind die wichtigsten Anwendungen die drei höheren Schulungen, nämlich die Schulung der Ethik, der Sammlung oder Meditation und der Weisheit auf Sanskrit, Shila, Samadhi und Prajna. In den Schriften wird der Übergang von einer Stufe zur nächsten in der Regel hinsichtlich der Erfahrungen beschrieben, die der Meditierende macht. Man muss also verstehen, dass der eigentliche Pfad, auf dem die Person voranschreitet, ihr persönliches, sich allmählich vertiefendes Verständnis und ihre Erkenntnis der Leerheit ist, was mit dem etwas technischen Begriff Weisheitsaspekt des Pfades bezeichnet wird. Außerdem muss die Weisheit, die die Leerheit erkennt, durch die Vereinigung von gesammeltem, einsgerichtetem Geist und vertiefter Einsicht gewonnen werden, was als Vereinigung von Shamatha und Vipashyana bezeichnet wird. Um die Vereinigung dieser beiden erfahren zu können, müssen wir zunächst Shamatha entwickeln, denn nur dadurch wird es uns möglich, unsere Energie und Konzentration zu lenken. Der Schulung von Shamatha kommt deshalb eine Schlüsselfunktion zu. Damit die Entwicklung von Shamatha gelingt, müssen zwei Faktoren vorhanden sein, nämlich Achtsamkeit und Wachsamkeit. Diese beiden Fähigkeiten lassen sich nur entwickeln, wenn unsere Sammlung auf einer korrekten Ethik beruht. Das heißt, dass wir in unseren Gedanken und unserem Lebensstil Disziplin walten lassen. Das macht deutlich, wie grundlegend wichtig das Befolgen einer korrekten Ethik ist. Und wir sehen auch, wie diese drei Schulungen, die sowohl im Fahrzeug der Schravakas wie auch im großen Fahrzeug, dem Mahayana, zu finden sind, zusammenhängen. Der Pfad des Mahayana Als nächstes müssen wir uns einem weiteren wichtigen Aspekt des Buddhismus zuwenden, nämlich der Tatsache, dass alle Unterweisungen Buddhas auf Erbarmen und Mitgefühl beruhen. Sie sind die eigentliche Grundlage des Dharma. Die Schulung des Entwicklens von Erbarmen und Mitgefühl sowie einer altruistischen Einstellung des Geistes hat zum Ziel, einerseits unser Verständnis von Mitgefühl zu vertiefen und andererseits das Mitgefühl, das als Potenzial vorhanden ist, aufzubauen und zu stärken. Erst auf der Grundlage eines tiefen Mitgefühls entwickeln wir den altruistischen Wunsch, für das Wohl aller Wesen die Erleuchtung zu erlangen, was auch als Erzeugen von Bodhicitta bezeichnet wird. Was ist unter Bodhicitta zu verstehen? In dem Text Abisamaya Alamkara von Maitreya heißt es, dass Bodhicitta von zwei Faktoren motiviert wird, und zwar erstens von echtem Mitgefühl für alle Wesen und zweitens von der Erkenntnis, dass es notwendig ist, Erleuchtung zu erlangen, weil sie das Mittel ist, mit dem sich das erfüllen lässt, was den Wesen Not tut. Um Bodhicitta entwickeln zu können, reicht es nicht aus, einfach nur Mitgefühl zu haben. Die Einstellung des Bodhicitta basiert auf einem Mitgefühl, das sich durch die Bereitschaft und die Bereitschaft kennzeichnet die Verantwortung für das Wohl der Anderen voll und ganz auf sich zu nehmen. Dieses Verantwortungsgefühl entsteht nur, wenn man ein spontanes, echtes Erbarmen entwickelt hat, das ausnahmslos allen Wesen gilt. Das ist universelles Mitgefühl. Es wird Maha Karuna, oder großes Erbarmen genannt, um es von dem gewöhnlichen Mitgefühl, das sehr beschränkt ist, zu unterscheiden. Es wird jedoch nicht entstehen, es sei denn, wir erlangen ein echtes Verständnis von der Natur des Leids, und zwar sowohl des eigenen Leids wie auch des Leids der Anderen. Man versteht, dass der eigene Zustand ein Leidvoller ist und dass es den Anderen logischerweise ebenso ergeht. Das verbindet uns mit den Anderen. Um das Verständnis der Natur des Leids zu vertiefen, ist es nützlich, über die erste, edle Wahrheit die Wahrheit des Leids nachzudenken. Ein Übender mit einer altruistischen Gesinnung muss verstehen, dass es nicht ausreicht, Befreiung nur für sich selbst zu erlangen. Nicht nur, weil dies recht egoistisch und kurzsichtig wäre, sondern auch, weil die eigene Befreiung vom Standpunkt des eigenen Pfades zur Vollkommenheit aus betrachtet noch nicht den Zustand der vollen Erleuchtung darstellt. Es ist daher sehr wichtig, das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Anderen wie auch unser natürliches Einfühlungsvermögen zu stärken. Dazu wird in den Schriften eine Methode beschrieben, bei der man sich vorstellt, dass alle Wesen wie die eigene Mutter oder eine andere nahestehende Person sind. Man erweckt in sich das gleiche Mitgefühl, wie man es für die eigene Mutter oder eine andere Person, der man sich nahe fühlt, ganz von selbst und völlig natürlich hat und dehnt es auf alle Wesen aus. Auf diese Weise entwickelt und erweitert man sein natürliches Einfühlungsvermögen, bis es spontan wird. Diese Einstellung kann jedoch nicht in einem entstehen, solange man den Wesen gegenüber gemischte Gefühle hat. Das heißt, die einen als Feinde betrachtet, andere als Freunde. Erst muss diese Unterscheidung, die wir vornehmen, überwunden werden und dabei hilft uns die Übung des Entwicklens von Gleichmut beziehungsweise einer gleichen Einstellung gegenüber allen Wesen. Eine andere Methode wird von dem Meister Shantideva in dem Text Bodhisattvacharya Avatara, dem Führer auf dem Weg des Bodhisattvas, beschrieben. Er zeigt eine Methode des Entwicklens von Mitgefühl, bei der man den Anderen die gleiche Wichtigkeit einräumt wie sich selbst. Die Anderen haben, genau wie man selbst, den Wunsch glücklich zu sein und kein Leid erfahren zu müssen. Und sie haben, genauso wie man selbst, das Recht auf Erfüllung dieses Wunsches. Diese Einstellung stellt eine völlige Umkehrung der bisherigen selbstzentrierten Sicht dar. Man identifiziert sich mit den Anderen, zieht sich gewissermaßen deren Schuhe an und betrachtet sie als noch kostbarer und lebenswerter als sich selbst. Im tibetischen Buddhismus werden diese beiden unterschiedlichen Methoden miteinander verbunden und dann meditiert man darüber. Wenn man auf diese Weise eine, wenn auch zunächst noch künstliche Erfahrung dieser altruistischen Einstellung des Geistes als Ergebnis der eigenen Überlegungen und Meditationen gewonnen hat, gilt es, sie zu stärken und zu stabilisieren. Es gibt ein Ritual, bei dem man ganz ausdrücklich Bodhicitta erzeugt. Weiter sollte der Anwender von dem starken Wunsch erfüllt sein, den Aktivitäten eines Bodhisattvas nachzugehen. Traditionellerweise nimmt er an diesem Punkt formell die Bodhisattva-Gelübde. Die Aktivitäten eines Bodhisattvas werden in drei Verpflichtungen zusammengefasst. Erstens verpflichtet er sich, von negativen Handlungen Abstand zu nehmen, zweitens gezielt heilsamen Handlungen nachzugehen und drittens anderen von Nutzen zu sein. Entsprechende Auffassung, dass Handlungen zu Resultaten führen, werden die Anwendungen der Bodhisattvas manchmal auch als die Zwei-Ansammlungen oder Zwei-Anhäufungen bezeichnet, als Ansammlung von Verdienst und Weisheit. Beide werden in der Verbindung von Weisheit und Methode vereinigt und sollten im Buddhismus nie getrennt werden. Der Pfad des Vajrayana Die Vereinigung von Methode und Weisheit macht das Vajrayana, wie das Fahrzeug der Tantras auch genannt wird, zu einem besonders tiefgründigen und geschickten Weg. Kurz gesagt, ist eines der einzigartigen Merkmale der Vereinigung von Methode und Weisheit, dass der Übende seine Auffassung von einem Selbst und von der Welt zuerst durch das Verständnis der Leerheit korrigiert und dann in Leerheit auflöst. Diese Erkenntnis der Leerheit wird dann, am Anfang natürlich nur in der Vorstellung, als die vollkommene Form einer Meditationsgottheit visualisiert. Als nächstes denkt der Meditierende über die nicht-substantielle oder leere Natur dieser Gottheit nach. In einem einzigen Augenblick der Wahrnehmung sind auf diese Weise Methode und Weisheit gleichzeitig vollständig vorhanden. Die Visualisation der Gottheit unter dem gleichzeitigen Verständnis der leeren Natur der Gottheit. In der Tradition der Geluk, der Sakya und der Kagu wird Tantra in Kriya-Tantra, Charya-Tantra, Yoga-Tantra und an Uttara-Yoga-Tantra oder Höchstes-Yoga-Tantra unterteilt. In den beiden ersten Klassen nimmt man keine Tantrischen Gelübde. Das geschieht erst im Yoga-Tantra und im höchsten Yoga-Tantra. Im höchsten Yoga-Tantra gibt es auch Meditationen, in denen die Energiekanäle des Körpers, die Energien, die in ihnen fließen, die sogenannten subtilen Tropfen und so weiter visualisiert werden. Entscheidend für die Anwendung dieser Meditationen ist, dass ein Streben nach Bodhicitta und nach der Erkenntnis der Leerheit im Übenden vorhanden sein muss. Ohne diese beiden Einstellungen würde man sie nicht einmal als buddhistische Praktiken bezeichnen. In einigen zuverlässigen authentischen Texten des Yoga-Tantra wird gesagt, dass die Übungen des Tantra auch auf dem Verständnis der Leerheit entsprechend der Chittamatra-Schule angewendet werden können, dass es nicht zwingender Weise das Verständnis der Matiamika-Schulen sein müsste. Dennoch denke ich, dass für eine solche umfassende Anwendung der Tantras eine Erkenntnis der Leerheit entsprechend der Matiamika-Schulen von entscheidender Bedeutung ist, wenn man den tantrischen Weg vervollkommenen und die entsprechenden Verwirklichungen erlangen will. Ratschläge für die Anwendung des Dharma Es gibt drei Ratschläge, die ich an dieser Stelle geben möchte. Erstens, ohne eine stabile Basis in den grundlegenden Übungen des Buddha-Dharma, die ich bisher kurz umrissen habe, bleiben auch die tiefgründigen Methoden des Tantra ohne Wirkung. Es ist daher unumgänglich, dass sie ein solches Fundament errichten. Für jemanden, der die Unterweisungen Buddhas anwendet, ist es lebenswichtig, ein Verständnis der vier edlen Wahrheiten zu entwickeln und darüber zu meditieren. Die Meditation sollte daher einen wesentlichen Teil der Übung ausmachen und sowohl Shamatha als auch Vipashyana umfassen. Zweitens, weiter spielt ihre Entschlossenheit eine wichtige Rolle. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass alle diese Entwicklungen innerhalb einiger Tage oder Jahre stattfinden. Es kann sogar Äonen dauern. Deshalb ist die richtige Entschlossenheit so wichtig. Wenn Sie sich als Buddhist bezeichnen und die Unterweisungen des Dharma wirklich anwenden möchten, müssen Sie von allem Anfang an den Entschluss fassen, bis zum Ende durchzuhalten, auch wenn es Millionen oder Milliarden Erden von Äonen dauert. Schließlich, was ist der Sinn unseres Lebens? Es gibt keinen ihm innewohnenden Sinn. Wenn wir unser Leben in einer positiven Art und Weise benutzen, werden Tage, Jahre und Äonen sinnvoll. Wenn wir Tag um Tag verstreichen lassen und unser Leben vergeuden, kann schon ein Tag zu lang sein. Sie werden feststellen, dass die Zeit gar nicht so wichtig ist, wenn man eine feste Entschlossenheit und ein klares Ziel vor Augen hat. Der Meister Shandideva hat ein wunderbares Gebet verfasst, in dem es heißt, solange Raum existiert, solange es Wesen gibt, möge ich verweilen, um das Leid der Wesen zu beseitigen. Das Verständnis, das diese Worte vermitteln, empfinde ich immer als sehr inspirierend. Drittens, je ungeduldiger Sie sind, je mehr Sie einen Weg suchen, der der schnellste, billigste oder beste ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie kaum mehr als ein armseliges Resultat erzielen. Ich schlage Ihnen daher vor, dies als eine falsche Herangehensweise zu betrachten. Schlusswort Abschließend möchte ich die wesentlichen Punkte noch einmal zusammenfassen. Wenn Ihr Verständnis der vier edlen Wahrheiten wirklich tiefen Überlegungen wie diesen hier entspringt, werden Sie eine tiefe Bewunderung für den Dharma empfinden, das eigentliche Objekt der Zuflucht, und außerdem die Überzeugung gewinnen, dass es möglich ist, den Dharma in sich selbst zu verwirklichen. Mit einer solchen Überzeugung werden Sie in der Lage sein, echte Hingabe zum Buddha zu entwickeln, zu dem Meister, der Ihnen den Weg zeigt, und tiefen Respekt vor dem Sangha, der aus Ihren Weggefährten besteht. Wenn Ihr Verständnis der drei Kostbarkeiten auf der Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten beruht, und wenn Ihr Verständnis von beiden gleich tief ist, sind Buddha, Dharma und Sangha, wenn Sie an sie denken, immer lebendig vor Ihnen. Das ist die Bedeutung der Zufluchtnahme. Müsste ich meinen Vortrag noch mehr zusammenfassen, würde ich sagen, dass die vorliegenden Erklärungen deutlich machen sollen, was unter Zuflucht zu den drei Kostbarkeiten zu verstehen ist, obwohl meine eigene Praxis armselig ist, ziemlich armselig sogar, und obwohl ich Mantras rezitiere und bestimmte Mandalas visualisiere, in meiner täglichen Übung liegt das Gewicht auf den vier edlen Wahrheiten und dem Bodhicitta. Diese beiden sind für mich wirklich von praktischem Nutzen. Manchmal denke ich, dass die Visualisation von Gottheiten die Gefahr eines Selbstbetruges in sich birgt. Wir müssen unsere Übung Schritt für Schritt mit Geduld und Entschlossenheit entwickeln. Schult man sich so, wird man nach einem Jahr oder nach zehn Jahren wenigstens eine kleine Verbesserung an sich selbst feststellen können und sich ermutigt fühlen, weiterzumachen. Aber es muss uns auch bewusst sein, dass Veränderungen sich nicht leicht einstellen. Sie haben die vorliegenden Unterweisungen über die vier edlen Wahrheiten gelesen. Wenn Sie sich als Buddhist bezeichnen, bitte ich Sie, wenden Sie sie an. Lassen Sie es nicht bei einem intellektuellen Verständnis bewenden. Praktisches Anwenden und Lernen müssen Teil unseres Lebens sein. Das Gleiche gilt natürlich für Anwender anderer Religionen, für Christen, für Muslime, für Juden. Wenn Sie eine Religion für sich befürworten, sollten Sie sie in Ihrem Leben anwenden. Es reicht nicht, sonntags in die Kirche zu gehen und die Hände einige Augenblicke zum Gebet zu falten, wenn Ihr Verhalten ansonsten unverändert bleibt. Ob sich Ihr Körper nun in einer Kirche oder Kathedrale befindet oder nicht, ich denke, Religion sollte vom Herzen ausgehen. Nur dann können Sie damit nutzbringende Erfahrungen machen. Ist das nicht der Fall, bleibt es eine Theorie, ein reines Kopfwissen, das angesichts von Problemen von keinerlei Nutzen ist. Sind die Unterweisungen aber zu einem Teil des eigenen Lebens geworden, verleihen sie einem in schweren Zeiten und schwierigen Situationen eine wirkliche innere Kraft. Auch wenn man alt wird oder an einer unheilbaren Krankheit leidet und der Tod unweigerlich vor der Tür steht, ist die Gewöhnung an die Anwendung des Dharma gewissermaßen die beste Garantie. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Er hat nichts Befremdliches an sich und früher oder später muss jeder durch dieses Tor gehen. Zu diesem Zeitpunkt ist es äußerst hilfreich, einen ruhigen, friedlichen Geist zu besitzen, ob es nun ein Leben nach dem Tode gibt oder nicht. Wie kann man seinen Geist im Augenblick des Todes beruhigen? Es ist nur möglich, wenn wir Erfahrungen gemacht haben, die uns eine innere Kraft geben. Nichts und niemand kann uns diese innere Kraft geben. Keine Gottheiten, keine Meister, keine Freunde. Aus diesem Grund hat der Buddha gesagt, seid eure eigenen Meister. Das geht auch mit haben Untertitelung des ZDF, 2020